Die Grünen nutzen unser staatliches Geld mit immer größterer Dreistigkeit, um gegen politische Gegner vorzugehen. Jüngstes Beispiel ist die Stiftung Liberale Moderne, die das Projekt Gegneranalyse startete. Nachdenkseiten schreiben, kritische Medien werden dort als systemoppositionelle Gegenmedien bezeichnet, die selbst erklärte Gegner der liberalen Demokratie sowie Gegner der offenen Gesellschaft seien, die es in Form von monatlichen Moratoriums zu überwachen und in Form von Fallstudien zu analysieren gilt. Eine umstrittene, private Stiftung mit engen Verbindungen zum rechten Flügel der Grünen und einer sehr eindeutigen politischen Agenda, Geheimdienstkontakte inklusive, wird vom Familienministerium zu einer Referenz und einem quasi staatlichen Akteur zur Überwachung von systemoppositionellen Medien erhoben, finanziert ausschließlich mit unseren Geldern ohne jedwede demokratische Kontrolle. Das passiert wohl, wenn man den Grünen das Familienministerium überlässt.